Einfach spontan raus, so wie ich. Okay. Herzlich willkommen bei Univision. 275 Jahre Universität Göttingen. Wir von Univision haben uns das Jubiläum zum Anlass genommen. Was denn, Alter? Ja. Film ab. Okay. Okay, was wünschst du dir für das Jubiläum der Georg-August-Universität Göttingen? Moment, ich habe das erste Wort nicht verstanden. Können wir das nochmal machen? Okay, nochmal. Wahrscheinlich, ne? Okay, was ist das Jubiläum? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, okay. Was man da machen könnte? Ne, was du dir dafür wünschst. Ja, was für ein Event oder so. Oder wie, in irgendwelche Hinsicht. Ja, also allgemein, was du dir für die Uni wünschst. Ja. Und einmal kommt dann was von der Uni. Ah, okay. Ja. Oh. Ähm. Gute Frage. Oh. Oh. All... Kann ich mir das überlegen? Ja. Was wünsche man sich denn da? Ja, ein Event vielleicht? Eine Feier? Und vielleicht, äh... Freilie? Keine Ahnung, was wünscht man sich denn bei so einem Event? Ja, okay, mach einfach. Ich sage mal einfach irgendwas. Ich kriege es schon wieder hin. Ja? Okay, was wünschst du der Uni Göttingen zum Geburtstag? Was soll ich sagen? Wir wünschen der Uni auch noch alles Gute. Und damit zurück geht es Studio-Schein. Okay, wie sagt man den Schluss? Ja, mach einfach nicht.